Was geht ab, Leute? Euer Frapsis hier. Heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video geht es auf jeden Fall um den Fortnite-Gegenstand-Shop vom 3.12.29. Ich bin natürlich soweit gespannt, was wir heute in den Shop erhalten werden. Gestern hatten wir ja die Nike-Jordan-Collaboration am Start. Feier ich. War auf jeden Fall ganz nice. Sage ich euch so, wie es ist, ne? Wir gucken heute, was reinkommt. Let's go, meine Freunde. Was haben wir am Start? Alles klar. Schon etwas Weihnachtliches. Wir haben schon den ersten Weihnachts-Skin. Eine neue Lackierung auf jeden Fall. Ein Paket ist wieder zurückgekehrt. Ansonsten fangen wir erstmal wie immer im täglichen Bereich an und arbeiten uns nach oben. So. Wobei wir fangen hier beim Schattenschlag-Paket an. Das Schattenschlag-Paket, meine Freunde, ist auf jeden Fall zurückgekehrt nach 67 Tagen. Sollte jeder von euch kennen. Alles, ne? War ja bereits schon drin gewesen. An sich eigentlich ganz in Ordnung, dieser schwarze Style. Aber alle Skins sind nicht so cool. Dann geht es eigentlich auch schon weiter hier zu dem täglichen Bereich. Dort haben wir auf jeden Fall mehrere Emotes. Bürofahrt beispielsweise. Dann haben wir hier unten nochmal flatterhaftes Tanzgedächtnis. Und noch hier Bärenumarmung. Alle Emotes sind nach einem Monat wieder zurückgekehrt. Heute neu haben wir hier Ziel erfasst als Lackierung. Finde ich jetzt persönlich nicht so nice. Sage ich euch so, wie es ist. Wildcard ist nach 35 Tagen wieder zurück. Nach 29 Tagen Mariana. Dann geht es einmal nach oben. Und zwar haben wir hier diese Golf-Skins erhalten. Ich sag mal so. Es gibt viele unterschiedliche Versionen davon. Die sind nach 100 Tagen wieder zurückgekehrt. Ich sag mal so. Ich persönlich finde nicht, dass sie sich so lohnen. Dann fangen wir einmal hier drüben an. Wir haben hier Schrecken-Omen und Schrecken-Fade. Beide sind nach 55 Tagen wieder zurück. Dann ist der Beef-Boss hier am Start wieder. Der Kollege ist nach 127 Tagen wieder am Start. Dann haben wir heute jetzt endlich Ho-Ho-Ho. Also die erste Weihnachts-Skin bzw. die erste Weihnachtsstimmung in Fortnite. Nach 334 Tagen die Lackierung. Dann haben wir natürlich Prügelzweig nach 333 Tagen wieder zurück. Und der Skin ist genauso nach 333 Tagen wieder zurück. An sich kann man das auf jeden Fall mitnehmen. Ich persönlich finde, der Skin ist ganz in Ordnung. Eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Und das soll es auf jeden Fall von meiner Seite aus von mir gewesen sein über dieses Shop-Video. Lasst gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare. Falls ihr euch etwas gönnen möchtet, meine Freunde, gönnt es euch natürlich gerne mit dem Support-O-Creator-Code BROTHER FRPZ. By the way, der Hintergrund hat sich auch gerade geändert, wie ich gerade im Hintergrund sehen kann. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus. In einem Tag, 21 Stunden geht auch das Live-Event los. Und soviel dann aber auch schon dazu, meine Freunde. Haut rein, geht mit dem Flow, euer Fraps. Und ciao, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.